Sie wurden verprügelt. Ich habe das doch gehört. Was ist mit Eileen? Was ist passiert? Scheiße. Ja. Haben Sie gesagt, wo Sie rauslassen? Ah, nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Wer sind Sie zu sprechen? Sie sind nur ein Kind. Wir treffen uns nur ein Kind. Großen Sie in den Aufmerksamkeiten.